Kennst Du Deine Bestimmung, Deine Berufung, Dein Lebensziel, was Dich persönlich erfüllt? Bist Du dabei, Dich selbst zu finden, rauszufinden, was Deine Aufgabe ist? Bei vielen Menschen ist es gerade zur Zeit ganz aktiv, die Frage nach dem Sinn des Lebens und dem Warum bin ich hier und vor allem auch die Frage, was ist meine Aufgabe hier auf dieser Welt, in dieser Zeit, in der ich jetzt lebe? Und darüber möchte ich heute in diesem Podcast sprechen. Also bleib dran, wenn Du momentan Dich mit ähnlichen Gedanken trägst und immer wieder fragst, ja, was mache ich hier? Was ist die Aufgabe? Herzlich Willkommen zum heutigen Podcast. Das Lebensziel, die Bestimmung, weswegen Du hier bist, das langfristige Ziel, der Zweck Deines Lebens, die Berufung, was ist Deine Bestimmung im Beruf? Bist Du jemand, der etwas Großes bewirken darf oder sogar soll? Oder bist Du jemand, der im Kleinen wirkt und Großes erreicht, indem Du Menschen im Inneren berührst durch Dein Sein? Das Schicksal ist ja auch so eine Geschichte. Oft sagen wir ja, ja, das ist eben Schicksal, dass es eben so ist. Es ist vorherbestimmt, dass das von dieses geschieht. Ja, mag sein, mag nicht sein. Da gehen die Meinungen ja sehr stark auseinander und auch sehr konträr. Wie sehe ich es? Also nach meinem Empfinden habe ich eine gewisse Aufgabe in diesem Leben, die sich mir von Anfang an auch gezeigt hat in diesem Leben. Und die Aufgabe war einfach für mich persönlich zu erkennen, zu gewissen Zeitpunkten im Leben, was steht jetzt an, damit ich mehr meiner Berufung näher komme und damit auch meinem Lebensziel näher komme. Und das hat ja auch sehr viel mit persönlicher Selbstfindung zu tun und dem Wunsch, dass ich mich persönlich erfüllt fühle mit dem, was ich mache. Gerade auch beruflich, aber nicht nur beruflich, auch im persönlichen Bereich logischerweise. Weil diese Selbstfindung, diese Bestimmung ist ja ein großer Begriff, der alle Lebensbereiche betrifft. Möglicherweise bist du dazu bestimmt, Mutter zu sein, daheim zu sein für die Kinder oder du bist dazu bestimmt, große Karriere zu machen, ein Autor zu werden, Autorin zu werden, Coach oder Mentor. Schauspieler, möglicherweise allerdings ist das Ziel, das du dir vorgenommen hast, mehr im Hintergrund. Und das ist jetzt nicht abwertend gemeint, denn ganz viele Menschen wirken durch ihr Sein in ihrem Umfeld sehr, sehr positiv auf das gesamte Menschheitspotenzial mit ein. Denn wir wissen ja, dass wir alle verbunden sind. Und nicht jeder ist dafür berufen oder dafür vorgesehen, im Rampenlicht zu stehen. Viele wollen das ja auch gar nicht. Allerdings, was alle Menschen immer mehr wollen, ist die Bestimmung, die Berufung und das Schicksal zu erkennen, rauszufinden, um was es denn wirklich geht. Und wie kommst du jetzt dahin, eine Berufung zu finden? Du begibst dich, und so habe ich es auch gemacht, auf eine für dich eigene Bestimmungs- und Berufungsreise, eine tiefgründige und persönliche Reise, die Zeit und Selbstreflexion und Entdeckergeist erfordert. Anders schaffst du es sonst nicht, deinen Weg auch wirklich zu ergründen. Denn oft ist der sehr, sehr versteckt. Durch unsere Erziehung, unsere Erfahrung als Kind haben wir diesen Entdeckergeist ganz oft verloren oder nach hinten gestellt, ja, dürfen wir uns nicht gönnen, haben wir keine Zeit für, ist zu aufwendig. Allerdings, wichtig ist, wenn du in die Berufung möchtest, dich erkennen willst, ist Selbstreflexion der allererste Anfangspunkt, an dem du beginnen solltest. Also nimm dir Zeit, über dich nachzufühlen, nachzurecherchieren, nachzudenken. Deine Interessen, Talente, Werte, Leidenschaften und welche Aktivitäten machen dich denn glücklich? Was könntest du stundenlang machen, konzentriert, ohne dabei überhaupt müde zu werden? Hinterher, im Gegenteil, bist du noch energiereicher. Also was genau macht dich glücklich, erfüllt dich, welche Dinge bringst du zum Leuchten und zum Strahlen? Das ist ganz, ganz wichtig. Zweitens, analysiere mal deine Stärken. Welche Fähigkeiten hast du? Welche Stärken? Und welche Fähigkeiten fallen dir leicht? Und was sagt das dann wieder über deine Talente aus? Also mach mal eine Stärkeanalyse. Drittens, Erfahrungen. Denke mal nach über die vergangenen Erfahrungen, sowohl beruflich als auch die persönlichen. Schau mal hin, welche Erfahrungen, sowohl die beruflichen als auch die persönlichen Momente in deinem Leben, haben dir ein Gefühl der Erfüllung gegeben? Und welche Herausforderungen hast du bereits erfolgreich gemeistert? Da könnten tatsächlich ganz viele Aha-Erkenntnisse dahinter verbeugen sein. Und viertens, ganz, ganz wichtig, auch Leidenschaften. Welche Themen und Aktivitäten begeistern dich? Wofür brennst du? Was macht dir gute Laune? Was ist für dich einfach etwas, das du ständig vor Augen hast? Darauf könntest du auch ganz klar hinschauen, denn das sind auch wieder Hinweise darauf, wo deine Bestimmung im Leben liegen könnte. Und dann natürlich auch Träume und Ziele als fünfter Punkt. Was möchtest du im Leben erreichen? Welche Ziele hast du dir gesteckt? Denn deine Ziele sind auch wieder ein wichtiger Hinweis, deine Bestimmung definieren zu können. Und hol dir doch einfach Inspiration. Sechster Punkt. Ich finde, Inspiration ist ein wichtiger, wichtiger Hinweis. Lese Bücher, höre Podcasts, suche nach Geschichten von Menschen, die ihre Berufung gefunden haben. Denn Inspiration von anderen kann dir dabei helfen, neue Perspektiven für dich zu sehen und zu gewinnen. Und damit auch diesen Weg in die Berufung, in das bestimmte Ziel, wohin du möchtest, weiter gehen zu können. Dann auch ganz wichtig, experimentiere. Probiere verschiedene Aktivitäten aus. Sei experimentierfreudig. Ich weiß, das wurde uns als Kind oftmals abtrainiert. Das heißt, wenn du jetzt nicht mehr so experimentierfreudig bist, ängstlich bist, vorsichtig bist, ja, dann darfst du erst mal hinschauen, warum bist du denn das? Und dann verändere das Verhalten dahingehend, dass du es dir gönnst, experimentierfreudig wieder zu sein. Und mach einfach praktische Erfahrungen. Denn das klärt auch genau ab, wo du stehst und was dir gut tut und was du vielleicht nur glaubtest, dass du machen möchtest, weil du es gehört hast und dich da eingeschwungen hast. Aber letztendlich ist es gar nicht deines. Geduld und Offenheit. Wichtig. Suche immer wieder auch andauernd, ständig, kontinuierlich nach dem, was dir wichtig ist. Sei geduldig. Und offen für Veränderungen. Es dauert auch oft etwas Zeit. Ich habe ja auch erst, als ich älter war, die Berufung gefunden. Ich war früher nicht in dem Bereich tätig und habe dann nach und nach erkannt, was meine Berufung ist, was mir Spaß macht und was ich gut kann. Wichtig ist auch, akzeptiere auch Fehler. Du wirst Fehler machen, wenn du auf dem Weg bist, dich zu finden. Du wirst nicht die perfekten Antworten gleich finden. Es ist in Ordnung. Fehler zu machen ist völlig in Ordnung und wenn du daraus lernst, hast du sehr viel für dich gewonnen. Und Vertraue. Auch ein sehr wichtiger Aspekt ist das Vertrauen. Vertraue dir. Vertraue dem Weg. Vertraue deinem Bauchgefühl, deinem Instinkt, deiner Intuition. Weil die kann dir helfen, den richtigen Weg zu finden, der für dich passend ist. Allerdings ist dieser Punkt oft schwer erreichbar. Ich kenne es bei mir, weil durch dieses Viele-im-Kopf-Stecken ist das Bauchgefühl und die Intuition oft so, so extrem leise, dass du es vielleicht nicht hörst. Obwohl du schon spürst, dass du nah dran bist, dass es gar nicht mehr so weit sein kann, vertraust du deinen eigenen Ideen nicht, deinem Gefühl nicht und bist damit auch unschlüssig. Und da kommt ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wo ich auch gerne immer für Menschen da bin, hol dir Unterstützung bei einem Coach oder berate dich mit Freunden, mit Mentoren, Berufsberatern oder wie immer du es für dich richtig empfindest. Sprich darüber, dass du das und das machen willst und frage andere, wie sehen sie das, wie sehen sie dich. Denn es ist einfach so, dass die anderen dich neutraler sehen können wie du. Sie sind ja nicht du, sie sind außerhalb von dir. Und sie sehen dich so durch deren Brille, durch die Brille der anderen und du siehst die durch deine eigene Brille, die manchmal sehr schwarz und dunkel gefärbt ist und auch vielleicht von ich bekomme es ähnlich hin eingefärbt ist durch deine Kindheitserfahrung. Das heißt, Beratung ist ein wichtiger Bestandteil und auch in meinen Beratungsgesprächen ist das ganz oft das Thema, was ist meine Berufung, was soll ich tun, ich spüre es zwar, aber ich bin mir nicht sicher. Und dann nach unserem Gespräch, wenn die Sicherheit dann ganz klar da ist, du fühlst dich richtig mit dem, was du tust, weil auch ich spüre, ich sehe und ich einfach neutral reinfühle über ein Kartenreding oder über ein Seelenessenz-Channeling-Gespräch. Du es also bestätigt bekommst, dass das, was du fühlst, tatsächlich so ist, dann sind die Träume und Ziele wieder voll aktiv, die Inspiration ist da. Du bist wieder experimentierfreudig, du gehst auch voran, offen und geduldig und wenn Fehler sind, na gut, dann ist es eben so, du vertraust dir wieder. Du folgst einer Leidenschaft und machst deine Erfahrungen und bist damit immer mehr auch in deiner eigenen Selbstreflexion drin und damit kommst du auch in der Berufung an. Und das ist eben ein wichtiger Faktor, der ganz oft nicht gemacht wird, aus welchen Gründen auch immer. Doch eines ist klar, du sparst Zeit und Energie und kommst klarer auf deinen Berufungsweg, auf deine Selbstbestimmung, auf das, was für dich jetzt in diesem Moment, an diesem Punkt in deinem Leben entscheidend und wichtig ist. Und auch ganz wichtig zum Schluss, Bestimmung ist nicht in Stein gemeißelt. Das kann sich im Laufe der Zeit tatsächlich weiterentwickeln oder woanders hin entwickeln, denn die Berufung ist immer eine sehr individuelle Reise und es gibt kein richtig oder falsches Ergebnis. Also sei offen für alle Möglichkeiten, dass deine Bestimmung sich eben auch ändern kann mit der Zeit und erlaube dir immer wieder auf diese eigene innere Stimme zu hören. Auch gerade dann, wenn du unsicher wirst, nimm dich zurück, geh in Meditation, nimm dir Zeit und dann mach weiter, gehe weiter auf dieser Reise zu dir. Dafür wünsche ich dir ganz viel Erfolg und alles Liebe und wenn du gerne Unterstützung möchtest, bin ich gerne für dich da. Schreib mir eine E-Mail oder buch direkt im Shop das passende Gespräch und schon können wir schauen, was für dich das nächste richtige Wegesziel oder welcher Schritt für dich der nächste richtige ist. Ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit, eine erfolgreiche Zeit, eine inspirierende Zeit und komm gut weiter für dich persönlich voran. Alles Liebe und Tschüss bis zum nächsten Video oder Podcast. Deine Helga Ja und das war's auch schon wieder für heute, doch heute ist ja nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Und wenn du jetzt sagst, ja das sind doch immer sehr spannende und wichtige Impulse, die dir nützen, dann abonniere doch einfach meinen Kanal Bewusstes Erwachtes Sein. Dann kannst du sicher sein, dass du keines meiner Videos und Podcasts verpassen wirst. Und nun wünsche ich dir eine wunderbare Zeit. Mach das Beste aus deinem Leben, denn da steht dir doch auch zu, wie ich finde. Von Herzen alles Liebe, deine Helga Das Beste aus deinem Leben schätzt, ja dieh aus deinem Leben schätzt, ja dieh aus deinem Leben Leave hier vielleicht, countervirusAusz. Vielen Dank.